Tja, 9 Uhr und 40, 21 Uhr, ach, da könnt ihr den Rauchen der Straßenbeleuchtung sehen. Gut, das interessiert jetzt aber gar nicht so. Ist hier die scheiß Musik. Drei Gruppen vorher hat man es bis zum Kreisel Shopping Center San Agustin hören können. Und auch hinten bei der Klinik Aroca. Tja, steht.